Herzlich Willkommen auf Unbox Kings. In der heutigen Folge geht es um die Releases der aktuellen Woche. Majo, breiter als drei Türsteher. Im Oktober 2018 erschien mit Frontal das letzte Soloalbum von Majo. 2021 erschien dann noch das Collaboalbum mit Silva, Lockdown. Jetzt steht der dritte Teil der breiter als der Türsteher Reihe an, womit Majo an seine beiden ersten Soloalbum anknüpft. Breiter als drei Türsteher beinhaltet 18 Tracks. Features kommen unter anderem von Farid Bang und Kollegah. Das Album kommt über Banger Musik und erscheint als CD und auch als Box. Gallonero Signal. Das letzte Release von Gallonero, die EP 471, erschien im August 2019. Knapp drei Jahre später ist es jetzt an der Zeit für sein Debütalbum. Signal kommt mit elf Tracks und beinhaltet Features von Bones MC und Alex. Das Album kommt über andere Liga und erscheint digital. Eure Meinung zu den kommenden Releases würde mich natürlich interessieren. Schreibt sie mir in die Kommentare. Darüber hinaus könnt ihr auch gerne in den Kommentaren dafür abstimmen, auf welches der Releases ihr euch am meisten freut. Alle Infos und Links zu den jeweiligen Releases findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Dort findet ihr dann auch die Links zu den jeweiligen Unboxings. Falls ihr in Zukunft keine Releases mehr verpassen möchtet, dann könnt ihr meinen Kanal gerne abonnieren. Das war's für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Passt auf euch auf. Ciao.